Und hallo meine Freunde, willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal ps4players.de Und ja Leute, wie ihr es seht, der Tiger-Panzer in Battlefield 5. Und ja, ich habe nicht ohne Grund jetzt diesen Tiger-Panzer und das Gameplay hier im Hintergrund und der Titel, ja Panzer fahren und sowas. Ähm, ja Leute, es geht um die Panzer auf der deutschen, äh auf der britischen Seite, die momentan in Battlefield 5 existieren. Und ich habe ja schon mal ein Video rausgebracht zu den Panzern und ich muss sagen, die Maschine der Tiger ist einfach richtig geil. Die One-Shotted-Infanterie, die kann Panzer wirklich mit vier Schüssen lahmlegen und ich muss sagen, es macht eigentlich richtig Bock. Das macht richtig Spaß mit einem Panzer zu zocken und ähm, ja wenn man jetzt gerade auch mal einen Panzer bekommen würde, weil ich habe mittlerweile festgestellt, es gibt nicht mehr, also man kommt nicht mehr so oft an einen Panzer und ähm, ich bin schon einer, der, ja der will gerne Panzer auf Panzer spielen und dann so eine Map wie Panzersturm, verhilft einem natürlich dann öfters einen Panzer zu spielen, aber muss ich auch sagen, darauf ist es auch wieder schwerer geworden, einen Panzer zu bekommen, nicht so wie am Anfang, konntest du mal einen Panzer dir gönnen, ganz schnell. Ne, ist hier nicht mehr heute, heutzutage in Battlefield 5 möglich, äh, aber auf jeden Fall Leute, zum Tiger ist auf jeden Fall ein geiler Panzer, hier ist er noch auf Stufe 1 und mit Stufe 1, wie ihr seht, haut der Damage raus und äh, deswegen kann ich ihn euch empfehlen, als perfekten Startpanzer, wenn ihr einen Panzer braucht, der, ja, den ihr gut am Anfang verwenden wollt, dann ist der Tiger auf jeden Fall was für die Anfänger unter euch und ähm, ja nicht dann zu genug getan, gibt es auch noch 2 oder 3 andere Panzer auf der deutschen Seite und zwar, ähm, gibt es dann einmal den Flakpanzer auf der deutschen Seite und, ähm, ja, dann gibt es auch nochmal einen, ja, Tiger ähnlichen Panzer, der auch one schüttet auf der deutschen Seite, dazu zeige ich euch jetzt gleich auch noch Gameplays, nur ich muss dann nur mal kurz umstellen und einen kleinen Cut reinhauen. Also, würde ich mal sagen, kurzer Cut. So Leute, und da sind wir wieder nach dem kurzen Cut, ich spule hier gerade noch ein bisschen vor, damit, äh, ja, ein bisschen interessanter, die interessanten Stellen für euch direkt da sind. Auf jeden Fall Leute, dieser schöne Panzer hier ist einfach ein, ja, One-Shotter für Infanterie gleich mit, ähm, also im Prinzip ist das schon eine Maschine, das Teil wie der Tiger, nur der haut nicht so viel Damage raus gegen Panzer wie der Tiger. Da ist der Tiger auf jeden Fall im Vorteil gegenüber diesem Panzer, ähm, ich denke mal, jeder von euch kennt den Panzer, der bei 5 spielt, ist halt der Standardpanzer, den man am Anfang kriegt. Ähm, ich muss sagen, ist eigentlich ein cooles Teil, mir macht es Spaß, wenn ich dann, als ich damit angefangen habe zu spielen, ich habe den sehr, sehr schnell Leute auf Level 4 gebracht, also hier im Gameplay ist er nicht auf Level 4, aber ich habe den sehr, sehr verdammt schnell auf Level 4 gebracht. Beim Tiger ist es da schon, Tiger ist es da schon echt ein bisschen schwerer, aber bei dem war es auf jeden Fall richtig easy, den auf, äh, schnell voranzubringen, da er auch leichter und wendiger und schneller ist, im Gegensatz zum Tiger. Der Tiger ist schwerfälliger, langsamer auch und, äh, haut aber dafür dementsprechend als Ausgleich mehr Damage raus und, äh, ist natürlich auch ein bisschen stärker gepanzert, also den hier kannst du schon mit ein paar Panzerfäusten und so ein bisschen Dynamite in die Luft sprengen schnell. Ist halt wirklich ein bisschen nachteilig, benachteiligt bei dem Ding, aber dafür levelst du ihn schnell, kommst schnell durch gegnerische Linien mit ihm durch und er ist einfach ein wirklicher Panzerbrecher in dem Sinne, also, ähm, er ist wirklich ein Linienbrecher durch und durch. Der bricht durch die Linien durch, da kann er gar nicht so schnell gucken und, ja, ich muss sagen, macht einfach richtig Bock mit dem zu spielen. Äh, ich weiß jetzt nicht gerade, ob das hier das Gameplay ist, wo ich eigentlich nochmal eine recht gute Killstreet hinlege. Äh, ja, ich ruhe nochmal ein bisschen vor, vielleicht erwischen wir hier nochmal eine gute Stelle. Ähm, glaube aber eher nicht, dass es so ist. Äh, ja, okay, da ist nochmal richtig noch der Panzer und, äh, ja, wie gesagt, also, er haut gut Damage raus, aber haut nicht so viel Damage raus wie gegen Panzer, wie man sieht. Also, ja, wie ihr seht, der hat noch viel Leib übrig gehabt, der britische Panzer, also, er ist wirklich nicht gerade der stärkste gegen Panzer, aber er ist auf jeden Fall ordentlich und gegen so normale leichte Panzer ist er auf jeden Fall, äh, im Vorteil, klar. Der ist wirklich, eigentlich ist er der leichte Panzer auf der deutschen Seite, aber, ähm, ja, eigentlich ist er der leichte Panzer auf der deutschen Seite, ähm, ist aber, ja, ich muss sagen, also, er ist eigentlich so der mittlere Panzer auf der deutschen Seite, äh, sorry, wenn ich, wenn ich jetzt per Verwohrung gestiftet habe, aber er ist eigentlich der mittlere Panzer auf der deutschen Seite, ähm, das ist nämlich das Gegenstück zu dem Panzer, der mich eben gekillt hat und, äh, ja, das ist halt dann ein bisschen doof, weil er ist eigentlich so wie der leichte Panzer, ist aber trotzdem so ein mittlerer Panzer, also, ist ein bisschen, bisschen tricky bei dem. Auf jeden Fall, Leute, ähm, er ist gut für die Anfänger, könnt ihr euch auf jeden Fall, könnt ihr mit dem spielen, wenn ihr den Tiger noch nicht freigeschaltet habt. Hatte ich zum Beispiel auch am Anfang das Problem, ich wusste nicht, welchen Panzer ich nehmen soll. Deswegen, den Rat, Leute, nehmt diesen Panzer, der ist perfekt zum Einsteiger-Dasein und, ähm, ja, wesentlich auch weniger und, äh, vielseitig einsetzbarer als der Tiger, aber, äh, dazu mehr auf jeden Fall. Leute, wir gehen dann jetzt kurz nach einem kurzen Cut zum nächsten über, also. Und, ähm, und damit, Leute, willkommen hier auf der britischen Seite und, äh, ja, der Cut ist jetzt vorbei und, ähm, ich muss sagen, wir sind hier auf der britischen Seite und zwar mit dem leichten Panzer auf der britischen Seite und dieser Panzer ist einfach ein Infanterie-Killer und, äh, ist nicht so OP wie der Tiger-Panzer und, äh, der normale mittlere Panzer auf der deutschen Seite ist da wirklich ein bisschen schlechter an Infanterie-Killen, äh, muss ich aber sagen, er haut immer noch gut Damage raus und man kriegt damit Infanterie auf jeden Klein und wie ihr seht, der one-shottet hier einen mit 60 Live, also das ist echt wirklich OP, das Teil und gerade wenn man auf den direkten Treffer geht, dann ist das Teil auf jeden Fall eine Maschine und, ähm, ja, ich muss sagen, das Ding ist einfach krass, es macht Bock und, äh, als Anfangspanzer auf der britischen Seite kann ich ihn euch auf jeden Fall empfehlen, den hab ich jetzt schon auf Level 4 und, äh, ich muss sagen, macht Bock mit dem zu spielen macht eigentlich gut Damage und ist auch gut zum schnellen Leveln auch für die Infanterie ich bin außerdem Max-Level, falls ihr euch fragt, welches Klassen-Level und, ähm, also falls ihr euch fragt, welches Level ich hab vom Charakter her, also vom Hauptcharakter her, von, ja, meinem Account hab ich Level 50, also Max-Level in Battlefield 5 erreicht ich weiß, es war eigentlich, Level 150 war die Rede davon, aber ich weiß auch nicht, warum das jetzt noch nicht drin ist sollte eigentlich, sobald die richtigen Server angeschaltet werden, das 150er Level, glaube, sollte dann aktiviert sein ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht da ist, ähm, auf jeden Fall, Leute, wir gucken jetzt zum nächsten Gameplay direkt so, Leute, da sind wir wieder, ähm, ihr fragt euch sicher, warum ist jetzt ein Flugzeug-Gameplay hier, äh, das liegt daran dass ich kein Panzer-Gameplay mehr habe, auf der britischen Seite, wo ich den mittleren und den schweren Panzer den Churchill-Panzer habe, äh, ebenfalls hab ich auch den, einen Panzer nicht mit der Artillerie-Panzer, den hab ich auch nicht den man ja beirufen kann, kein Gameplay, tut mir echt leid, aber ich bin hier auf der Konsole, wo ich, äh, also auf meiner letzten Konsole die, äh, ja kaputt ist, ähm, dazu, Leute, sag ich euch aber in einem, in meiner Roomtour Teil 2, die noch diese Woche erscheinen wird, ähm, ja, sag ich euch, dazu mehr und auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch gefällt das, dass ich jetzt noch so ein Panzer-Video rausgehauen hab, auf jeden Fall, Leute, zum schweren Churchill-Panzer, äh, muss ich sagen, zum schweren Panzer auf der britischen Seite, muss ich sagen, ähm, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, er kann nur gerade ausschießen, ist dadurch sehr, sehr schwerfällig, ist dadurch sehr, sehr, äh, nicht kompakt, ich wollte jetzt in kom, in kom, äh, in kompakt sagen, aber das gibt's ja nicht das Wort, äh, deswegen ist einfach sehr schlecht, um zu fahren überhaupt, also nicht weiter zu empfehlen, genauso sieht's auch aus mit dem, ähm, anderen Panzer, und zwar mit dem mittleren Panzer, der ist natürlich da dem, äh, dementsprechend wendiger, der kann seinen Turm drehen und, ähm, ist auch ein bisschen flexibler, aber ist auch ziemlich schwerfällig, ziemlich langsam, so wie der Tiger, und deswegen ist er auch nicht zu empfehlen, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich hab damit gespielt und ich spiele auch mit dem immer so, dass ich den leveln kann, aber er ist echt scheiße zum Spielen, ehrlich gesagt, und, äh, da muss ich sagen, ist halt ein Panzer, den man einfach nicht weiter empfehlen kann, als der, der, wenn jemand hier anfängt, also den kann ich dem definitiv nicht weiter empfehlen, auf jeden Fall, Leute, kommen wir hier noch zum Flakpanzer, der auf der britischen Seite existiert, und ich weiß, es gibt noch im dritten Panzer, der, äh, es gibt noch einen fünften Panzer, der auch, ähm, ja, der auch, ähm, also der im Prinzip Hälfte Auto ist, Hälfte Panzer, und, ähm, ja, ich muss sagen, zu dem Panzer auch nochmal mit dem Spiel ich momentan, der macht richtig Bock, macht gut Damage gegen Infanterie, ist ein richtig guter Infanteriekiller, und, äh, auch ein ziemlich guter Artillerie-Panzer, weil ich hab damit auch ein bisschen gecamt und so, und ich muss sagen, macht eigentlich richtig Bock das Teil, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, die Namen hab ich jetzt nicht im Kopf, also sagt mir nicht böse, deswegen sag ich mittlerer, schwerer und Artillerie und sonst was, Panzer, ähm, Artillerie-Panzer gibt's, doch, gibt's, ja, ähm, das ist der, den man herbeirufen kann, falls jemand fragt, also der schwere Panzer, ich weiß, der hat einen anderen Namen, ich glaub, der heißt Churchill-Panzer, ich weiß es ab nicht genau, also seid mir nicht böse, auf jeden Fall, ähm, kommen wir noch zum Artillerie-Panzer auf der britischen Seite, dazu muss ich sagen, ist schlechter als der auf der deutschen Seite, auf der deutschen Seite, Leute, ist ein richtig richtig OP-es Maschinenteil, äh, dazu hab ich schon mal ein Video hochgeladen zum Artillerie-Panzer auf der deutschen Seite, also das Ding ist wirklich OP, das macht richtig Damage und ist wirklich stark auf der deutschen Seite, auf der britischen sieht's da eher schlechter aus, ist zwar gut gegen Infanterie, wieder mal, aber ist halt schlecht, ähm, so im Vergleich, äh, um auf Panzer und sowas zu gehen, also ist wirklich ein reiner Fluggerwehr-Panzer, da ist der wirklich auf der deutschen Seite schon richtig vielseitig, den kannst du gegen Panzer einsetzen, ist zwar gegen leichte sehr gut, gegen schwere ganz schlecht, also den kann ich da wirklich nicht empfehlen, gegen schwere zu gehen, also lieber Rückzug machen, ähm, aber gegen, äh, leichte Panzer, gegen Infanterie und gegen Flugzeug ist der deutsche Panzer einfach wirklich stark und geil, muss ich sagen, äh, auf der britischen dann wieder in diesen Aspekten, muss ich sagen, der Artillerie-Panzer auf der britischen Seite ist da gegen Infanterie gut, gegen, also sehr gut, gegen, ähm, ja, gegen Flugzeug ist auch sehr gut und gegen Panzer ist er gegen leichte auch nur gut, gegen schwere ist er nicht so gut, auf der deutschen Seite habe ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, äh, da ist er auch eigentlich mittelmäßig gut gegen schwere Panzer, äh, der britische Panzer ist da halt schlechter gegen schwere Panzer, also den kann ich da echt nicht empfehlen, auf jeden Fall, Leute, das war's zu dem Panzern, also, das war jetzt so zu dem Panzern alles, was ich da erklären wollte, waren jetzt ein paar Cuts drin, also, ja, seid mir nicht böse, ich hab's für euch verkürzt und alles so, versucht möglichst kurz zusammenzufassen, alles kurz und schnell gut rüber zu bringen, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst mal ein Like da, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder, Leute, außerdem bin ich mittlerweile auf Twitch auch mehr aktiv, hab dort schon mehrere Follower, zwei Stück, und, äh, ich werd mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr mal vorbeischaut, ich hatte auf jeden Fall im letzten Livestream Rekord sechs Leute mit dabei, äh, die so, ja, von, von drei bis, von drei bis sechs Leuten waren auf jeden Fall aktiv im Stream, letzten Stream dabei auf Twitch und ich hoffe, Leute, dass ihr auch vorbeischaut auf Twitch und mir folgt, wenn ja, Leute, dann würde ich mich freuen und, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann diese Woche im Livestream wieder, wenn ich dann Livestreame, den letzten Jahres, Livestream 2018 und, äh, ja, sag ich bis dann, Leute, viel Spaß mit Battlefield 5, mit den Panzern und ich werd noch weitere Videos hochbringen zu den Flugzeugen, zur Infanterie, Information, was besser Infanterie-Klasse ist zum Anfang, zum Einspielen und alles. Erkläre ich euch bald, auch die Flugzeuge erkläre ich euch bald, da verweise ich dann euch auch nochmal später auf, ähm, einen Freund, also einen bekannten YouTuber, der eigentlich, der ziemlich gut ist und der auch ziemlich gut Sachen dazu erklärt zu Battlefield 5, zu Flugzeugen und allem drum und an. Auf jeden Fall, Leute, wir hören uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, zockt schon Battlefield 5 und viel Spaß. Bis dahin, zockt schon mal. Och-justt schon mal. Musik Ja, 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 hari, ja ja Ja, oh.